So, da das jetzt alles sehr umständig war letztes Mal, wollen wir das dieses Mal ein bisschen besser haben. Und zwar, wir sehen ja hier, wir haben diesen Resource Manager hier für komplett gebraucht. Im Endeffekt war aber der Grund für diesen Resource Manager einfach bloß, wir wollen, dass unsere Raw-Resource, also das, was wir hier über Create Raw ResHandler gebaut haben, dass das automatisch gelöscht wird, wenn irgendeine ungültige Operation gebaut wird. So, und das lässt sich jetzt seit C++11 mit Smart Pointer machen. Das heißt, ich kann das hier komplett löschen, kann das hier komplett vergessen. Wir machen das jetzt mal mit einem Integer, okay, damit es noch einfacher wird hier. Was wir inkluden müssen, ist allerdings Hashtag Include Memory, ja, weil wir im Endeffekt Smart Pointer verwenden und die in Memory drin sind. So, okay, was wir hier auch brauchen ist Iostream, aber das haben wir schon super gut. Und ja, was wir machen wollen, ist folgendes. Wir brauchen einen Pointer. Ähm, Pointer ist gleich. Und jetzt bauen wir uns quasi einen Shared Pointer. Es gibt eigentlich den eigentlichen Datentyp, den bekommen wir, sagen wir mal, hier oben in einer Void Foodie hätte ich drin lassen können. Ähm, und zwar den sogenannten Shared Pointer. So, der ist übrigens auch in Namespace STD drin. Und, ähm, ja, ihr könnt den Shared Pointer so verwenden, aber ihr müsst angeben, was das Ding für ein Typ hat. Wie gesagt, zu diesen Typen hier, zu den Templates, da kann man unfassbar viel machen. Da werde ich auch noch was dazu machen. Dauert nur ein bisschen länger, okay? Das ist nochmal was Deparates hier, weil es halt einfach so krass viel ist. So, also wir haben einen Shared Pointer vom Typ int und das ist halt einfach unser i. Und was wir mit dem i hier machen, ist, wir, ähm, nun ja, wir inkrementieren das einfach mal um 1, damit wir sehen, wie das so aussieht. Also wir greifen auf quasi den Wert von dem Shared Pointer zu und inkrementen das um 1. So, okay. Was jetzt passiert ist, ist quasi nichts weiter, aber achtet darauf, wir haben hier nichts zurückgegeben, ja? Wir arbeiten direkt auf dem i. Das ist ja das Tolle bei Pointern, wir können direkt auf dem Objekt arbeiten, ist völlig egal, was das Ding für ein Typ hat. Jetzt können wir es auch ohne Probleme mit einem int machen, gut, davor eigentlich auch schon, und einfach die Adresse quasi übergeben. Wir arbeiten quasi auf der Referenz drauf. Wir arbeiten auf dem selben Objekt. Okay, ähm, wie bauen wir jetzt so einen Shared Pointer? Nun, ähm, man könnte denken, wir bauen uns hier einfach einen Shared Pointer und, ähm, vom Typ int und dann, dann war's das eigentlich auch schon. Leider geht das nicht, ähm, dann bräuchten wir das Schlüsselwort new und, äh, ja, new ist, ähm, nun ja, new ist fürs Verwalten von Adressen oder fürs Verwalten von Speichern nicht ganz so geil, ähm, weil im Endeffekt das nur mal separat Speicher anlegt und, ja, das wollen wir eigentlich vermeiden. Was ich jetzt auch hier gar nicht weiter vertiefen möchte, wir machen das über make-shared. Und wir müssen hier auch den Typ angeben, also make-shared von int. Wir müssen quasi sagen, wir wollen einen Shared Pointer vom Typ int haben. Wir bauen den mit dem Wert, nein, nicht 10, natürlich 42 drin. Lagen meine Hände ein bisschen falsch, ähm, Wurstfinger und so. Gut, und ja, natürlich wollen wir hier einen Pointer haben, der auf 42 zeigt. So, was wir jetzt damit machen, ist im Endeffekt, wir sagen hier Foo von Pointer, äh, PTR Ja, und dann sagen wir nochmal Foo von PTR. So, und jetzt dürft ihr mal überlegen, was da wohl für ein Wert drinsteht, wenn wir den hier ausgeben, also wir sagen hier Cout und, ähm, Sternchen von PTR, ja. Und dann sagen wir hier Endline. Okay, und anschließend am besten noch ein Return 0. So, und wenn wir das jetzt hier ausführen, ups, da ist eine Klammer zu viel reingekommen. Wenn wir das jetzt hier ausführen, dann sehen wir natürlich, dass im Pointer 44 drinsteht. Was ist passiert? Wir haben natürlich das Objekt hier quasi reingegeben in unsere Foo und dort haben wir quasi zweimal den Pointer erhöht, also quasi den Wert im Pointer erhöht und, äh, ja, dadurch haben wir quasi hier auf den Pointer zugegriffen. So, alles schön und gut. Ein, ähm, naja, einen gewissen Punkt gibt es jetzt eben noch. Diese Smart Pointer können noch sehr viel mehr. Also, wie gesagt, die zählen jetzt quasi intern die Referenzen. Und wenn nichts mehr auf meinen, meinen Resource-Handler, also das hier ist sozusagen mein Handle hier zeigt, wenn nichts mehr auf diesen Handle drauf zeigt, dann wird der automatisch gelöscht. Also wirklich komplett gelöscht. Alles, was dazu gehört, ist weg danach. Und das ist ja genau das, was wir wollten. Wir wollten, dass die Ressourcen nicht leaken. Das heißt, dass sie am Ende nicht noch irgendwie da sind, sondern dass sie halt auch wirklich komplett aus dem Speicher rausgeschrieben werden. Und das macht im Endeffekt der Smart Pointer hier zu euch. Der kann aber noch ein kleines bisschen mehr. Und zwar, ähm, wollen wir das mal ganz kurz demonstrieren hier. Wir können natürlich auch mehrere Pointer auf ein und dasselbe Objekt haben, ja. Das ist ja kein Problem. Wir können quasi sagen, hey, wir wollen das an diese Funktion geben und an diese Funktion und vielleicht noch an ein paar Threads, ja. Gerade beim Thema Multithreading wird Pointer und Pointer zählen ziemlich wichtig. Und was wir deswegen machen, ist hier folgendes. Wir sagen hier AutoPointer2 ist gleich Pointer und damit bauen wir uns wirklich einen neuen Pointer auf dieses Ding. Also wir bauen uns quasi eine neue Variable, die aber denselben Inhalt hat. Und wir erhöhen damit natürlich auch den Count innerhalb unseres Pointers. Also die zählen quasi mit, wie viele Referenzen gibt es jetzt eigentlich auf meine 42. Und das kann man sich tatsächlich angucken. Das ist das Tolle dabei. Das könnt ihr auch irgendwie für, ähm, ein paar fancy Programmierungsschritte benutzen, wenn ihr mal zählen wollt, wie viele Variablen ihr auf eine andere Variable zeigen lasst. Ähm, zum Beispiel, wie oft wird quasi meine Datenbank genutzt. Das kann man zum Beispiel, wenn man effizienter arbeiten möchte, wenn man zum Beispiel nicht mehr, ähm, auf ein Objekt verweisen möchte, dann kann man das eventuell sogar noch gut benutzen. Ähm, und wir können das machen, indem ich hier Pointer.useCount sagen. Und jetzt machen wir das hier unten auch mal. Also das hier ist oben drüber, ja, und das ist quasi der erste Pointer-UseCount. Das ist der, nachdem wir zwar Fuh aufgerufen haben, aber nachdem wir nicht den neuen Pointer hier ausgegeben haben. Und jetzt wollen wir das auch mal hier unten machen. Und achtet darauf, ich lasse meinen Pointer zählen. Also nicht Pointer 2, ich lasse meinen Pointer zählen. Und danach lasse ich nochmal meinen Pointer 2 zählen. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an. Äh, nicht die Bank, ach man. So, wir sehen hier 1, also das ist natürlich hier oben, da haben wir nur eine Referenz quasi auf die 42. Anschließend sagen wir, okay, wir wollen einen neuen Pointer, der genau auf dasselbe zeigt. Und dann schauen wir mal, was da alles drin steckt. Und dann sagen wir hier plötzlich, oh, wir haben 2, aber sogar in der Pointer-Variable steht jetzt drin, dass 2 Referenzen drauf zeigen. Das heißt, die Pointer-Variable merkt sich das auch. Und das ist schon ziemlich cool, wenn man sich das mal so überlegt. Wir könnten jetzt sogar so hergehen und sagen, Pointer 3 zeigt auf Pointer 2, beziehungsweise Pointer 3 wird quasi von Pointer 2 generiert. Und wir sehen hier, dann wird sogar Pointer auch erhöht. Also wir müssen nicht irgendwie sagen, Pointer 2 ist gleich Pointer, das hat damit nichts zu tun. Das geht auch völlig unabhängig. Der zählt wirklich, wie häufig ein gewisses Objekt angefragt wurde und gespeichert wurde im Speicher. Und das ist schon ziemlich fortschrittlich, muss man so einfach mal sagen. Also es ist sehr, sehr angenehm, damit zu arbeiten. Also manchmal möchte es jetzt zum Beispiel vom Vorteil sein, dass wir einen normalen Pointer aus diesem Pointer bekommen. Und manchmal wollen wir auch zum Beispiel was resetten. Wir gucken uns jetzt ganz kurz noch das Reset an. Achtet darauf, hier oben gehen wir quasi aus, wenn alle 3 drauf zeigen. Hier unten drunter sagen wir jetzt, wir wollen den Pointer 2 resetten. Das heißt, wir sagen hier Pointer 2.reset. Und... Mann. So. Okay. Und wir sehen hier plötzlich, alle Pointer wurden resettet. Das heißt, alle haben die Referenz quasi verloren. Ich kann jetzt mal ganz kurz trotzdem noch drauf zugreifen sozusagen. Aber die... Also quasi mein Counter wurde intern wieder gelöscht, wenn ich die Reset-Methode aufgreife. Und ja, wenn wir uns das jetzt mal kurz angucken. Wenn wir uns Pointer 3 uns angucken, aber Pointer 2 resettet haben, sehen wir was. Naja, im Endeffekt, Pointer 3 hat das mitbekommen, dass wir Pointer 2 resettet haben. Und, ähm, dass der jetzt quasi, äh, nicht mehr da ist sozusagen. Wenn wir jetzt Pointer 2 hier versuchen auszugeben, dann bekommen wir hier natürlich keinen Wert mehr, weil eben nichts mehr in Pointer 2 drinsteht, weil wir Pointer 2 quasi resettet haben. Ähm, und das gibt uns natürlich auch, ähm, naja, einen Fehler, ja, weil wir auf einen Pointer zugreifen, der quasi nicht mehr existiert. Wir haben quasi mit diesem Reset nicht nur den Count zurückgesetzt von Pointer 2, sondern, ähm, natürlich auch den Inhalt quasi entfernt. Also es ist quasi einfach nicht mehr da. Und insgesamt resettet sich dann natürlich, also, äh, nicht resettet, sondern, ähm, wird bei allen Variablen, die auf mein Objekt hier zeigen, wird dann quasi einmal abgezogen. Das heißt, ähm, wenn ich vorher drei Referenzen hatte, hier hatte ich jetzt insgesamt drei Referenzen, Pointer, Pointer 2 und Pointer 3, und wenn ich dann Pointer 2 quasi komplett lösche einfach, dann, äh, ändert sich auch der Count bei meinem Pointer 3 und bei meinem Pointer 1. Das ist schon ziemlich cool, dass die das mitbekommen. So, was wir allerdings auch noch machen können, ist natürlich, wir können, wie gesagt, hier auf eine Variable zugreifen, ähm, ähm, und die tatsächlich als ganz normalen Pointer deklarieren. Und das machen wir mit einem int, äh, Stern p, ist gleich, ähm, Pointer.get. So, und damit bekommen wir quasi einen ganz normalen Pointer, sozusagen, der nichts wirklich tut. Das, Achtung, das, ähm, verändert jetzt allerdings auch nicht mehr den Reference Count hier. Also, wir zählen diese Referenz hier nicht hier rein, ja. Das, was normale Pointer sind, das zählt hier nicht mehr rein in die Smart Pointer. Die können nur die anderen Smart Pointer mitzählen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier oben mache, ich zeige das ganz kurz, wenn ich das hier oben mache, dann sehen wir natürlich immer noch, wir haben den normalen Count von 3 und dann 2. Und, also nachdem wir quasi resettet haben, aber wir können natürlich auf den Pointer hier ganz normal drauf zugreifen, ja. Okay. So, und ja, das ist eigentlich auch schon soweit. Alles, was ihr zu Smart Pointern erst mal wissen müsst, beziehungsweise zu den Share Pointern, es gibt noch so ein Ding, das nennt sich Unique Pointer, die gucken wir uns natürlich auch noch an, aber eben für die Share Pointer, die zählen füreinander quasi mit. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao.